Musik Die Freude an Fußball, die Freude am Gemeinschaftsgefühl zusammen zu feiern, egal welches Alter, welche Herkunft und das zu machen. Und das ist das, glaube ich, auch, was Coca-Cola möchte. Menschen zusammenbringen. Musik Er ist heute gelandet. Der WM-Pokal. Man müsste Pokal heißen, um solche Privilegien zu genießen. Mit eigenem Flugzeug. Der Pokal wandert um die Welt. Die FIFA schickt den WM-Pokal auf Reisen. So, und jetzt machen wir das Foto zusammen mit dem Pokal und Franz Wäckler. Jetzt alle lächeln. Er hat den Original WM-Pokal dabei. Hier ist der WM-Meister von 1990, Pierre Litti Litbarski. Applaus Untertitelung. BR 2018